Hallo Leute und Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Survival Game Bis heute mal mit dem Logan Hey Ho! So, ich habe direkt mal nichts am Start bekommen, weil ich zurückgezogen wurde War jetzt nicht so Bombe irgendwie Ja, ich habe auch noch ein bisschen Rüstung gefunden Beziehungsweise ergattert In meiner Kiste war nur noch eine Waffe drin Ich hätte noch theoretisch einen Stick bekommen können Aber den habe ich auch nicht gekriegt Oh, da vorne ist einer, hat er ein Schwert? Hoffentlich nicht Ich finde hier nie mehr Waffe, oh Gott Das ist eine Kiste Eisenschwert Echt? Und für dich habe ich auch noch eine Waffe bekommen Oh, eine hätte gereicht aber Oh David Ja Ich hätte ganz schön viel ausgehalten Ja Also das hast du jetzt nichts an Rüstung oder so noch Oder warte mal, ich habe die Truhe nicht ganz gelootet Nee Okay Da war nur noch Essen drin Aber sobald ich was habe, kann ich natürlich was geben Ja Hast du den Kompass oder so? Nee, ne? Nö Leider nicht Also Equip ist... Ah, hier ist noch eine Truhe Ich hätte für dich einen Helm Vielleicht den ich habe Oh, da ist einer Gehen wir auf den drauf Ja, oder? Oh Hat sich irgendwie ausgelockt oder so? Nee, das gelag unter dem war diese Partikel Wenn du sprintest, das liegt hinter mir auch so Achso, achso Und er stand auf einer Stelle, also wahrscheinlich wo? Wo? So Guck mal her So Nochmal ein Lederhelm, komm Hast du irgendwie Essen oder so? Ja, klar Oh, danke Ähm, dann gebe ich nochmal hier was ab So, na gut, danke schon Reicht denn erstmal Das erste? Okay, danke Joa, also läuft ganz gut bis jetzt Also, wegen der einen Kiste da gerade Sonst hätte ich hier nochmal Schuhe Ich hätte gerne noch Schuhe, ja Pass ich irgendwo runterfraue oder so Warte hin an Nee, ne? Guck mal diese Erwaken da an, siehst du das? Und das hattest aus wie so ein Gesicht Ja, stimmt Ich weiß aber nicht Ähm Alter, ich kann nicht essen Du hast halt geleckt, glaube ich Ähm, boah So mit dem Satz was ich so Ähm, da war's ruhig Und standst du da in der Luft Ja, hätte ich die ganze Zeit zurückgezogen Besser, wenn wir in der Aufnahme rausfliegen Du hast ja jetzt auch keinen Kompass, ne? Nee Hast du einen Bogen? Nee, hab ich hab Pfeile Ah, ich auch Ich versuche mal hier wieder rein zu backen Hat sogar geklappt Okay, jetzt hab ich einen Bogen Ich gib dir mal meine Pfeile Äh, warte Du sprichst von mir halber rechts Also Ähm, also Ne? Haben wir die Kiste hier schon? Nee Oh, ich hab einen Kompass Wo ist denn die Mitte? Sag mal Was hast du für eine Brustplatte? Ne? Äh, ne? Leder Ja Oh So Der geht noch weiter Oh ja Oh ja Eisenbrust Guck mal her Oder hast du ein Steinschwert? Ein Steinschwert habe ich Hast du Hilfe? Ne, ne Er laggt Hä? Was? Okay Oh gut, ne? Also Er war nicht so der Pro Oh, hat man ans Kind gemerkt Hat jetzt irgendwie egal Da geht auch ein bisschen zufass Also ohne, ohne was gegen ihn jetzt zu behaupten, ne? Ah, hier ist noch ein Bogen drin Ah, ich hab jetzt auch rein Ja, brauchst du Ach komm, ich geh dir einfach mal die Hälfte meiner Pfeile Okay, danke Bist du du Ich hab sechs Jahre, ne? Dass man die sich dir vorgegeben hatte Okay, da oben ist eine Truhe Ich mach die Schuhe So Willst du jetzt eine Angel haben? Ja Bist du Ich kann immer irgendwie stimmig davon So Ach ja, okay Gut Auto ist ein Feuerzeug Stark Okay Ähm Hast du noch einen Kompass oder so? Ne, hab nur einen Aber ich kann ja auch da einfach hinlaufen Ja Dann frage ich dir einfach mal Das ist einfach gerade der erste Aufnahmeversuch Er läuft total gut Mh Kommt selten vorein, ne? Also beim Mir zumindest Aber naja Ah, ich werde gerade draußen Ich werde gerade draußen von einem Auto angestrahlt Ist gar nicht so geil Okay, da vorne sehe ich ihn Oder? Ne, das war dein Name Tag Ähm Ja, das ist jemand hinter mir, ne? Kommst du nicht nach? Ah, ich sehe, ich sehe ihn Ich sehe den Namen schon So, er hat jetzt gerade Ich dachte, ich werde gerade ins Gesicht gelaufen Boah, das ist ein Team Ich würde Ich würde die ganz gerne anzünden Ich nehme mal lieber den Heilungsdrang Achtung Hab den an Oh Gott Hab den anderen Boah, war aber also War Verrückt gerade wieder Kommt da noch einer? Ne, sagt er zu Hause nicht Brauchst du jetzt einen Kompass noch? Ja Hast du Eisenschuhe? Ja Eisenbos hast du, ne? Hast du, hast du eigentlich irgendwie eine Eisenhose oder so noch? Ne Aber da liegt eine Goldhose Gold ist ja eh gleich, ne? Wie, ähm Okay, Kompass ist da Ich tue die Pfeile mal aus dem Inventar legen Ich meine, da sehe ich eh nix So Ja, langt Ja, gut Ja, war doch ganz gut So Der Miner LP The Plague Plag Wie wieder ausgesprochen Plag Und, ähm War ehrlich gesagt schöne Aufgabenverteilung, oder? Nur was rausgezogen Schöne Aufgaben Es war aber echt knapp, also ich musste es halt zwischendurch auch mal richtig Ja, ich auch Ich dachte ich kriege ihn nicht, aber Ich glaub den sein Teampartner hat den auch noch dazu geschwächt Hm Ja, ich hab halt auch immer versucht nicht dich irgendwie zu schlagen oder so Hm Ich hab geguckt wo du bist, aber du warst hinter mir und da hab ich mich um dir angekommen Er hatte nur Schuhe und Hose und Helm und hab mich fast geführt Echt? Äh Bist du das? Ja 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 Das ist jetzt auch gleich Ich würde annehmen, dass es auch ein Team ist, also Team gegen Team Hast du noch was zu essen? Ja 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 Viel sogar Hä? Oh Ja Ist ich okay jetzt? Ja ist ordentlich was für mich Gut Okay das bist du Äh leckst du gerade oder? Ich glaub du leckst gerade Hallo Oh je Ja Nein Nein Ich bitte aber jetzt kein Disconnect Hä Ne 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 Ah jetzt hier Äh Oh Achtung Ja 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 Ich hatte gerade mal kein Internet Dein ist deins tot Okay Okay Eine Hammer Oh sorry Ja egal So So Irgendwiegendwas noch? Glauben wir nicht ne Ich nehme mal das normale Eisen Ich weiß du hast auch ein normales Eisen nicht mehr oder? Ja Ja gut Ja gut Weil mir fehlen noch zwei Hertz dann können wir anfangen Hast du auch ein paar Pfeiler noch? Ich hab acht Stück 8 Ich hab 14 Jetzt müsste ich Hätte kurz kein Internet alter ich hab schon richtig Angst Hast du elf oder? Ja ich auch Es kann natürlich sein mit dem Kampf der ich dann auch im Internet hab dann am besten nicht angreifen oder warten weil man im Internet fängt dann wieder Obwohl wenn es dann halt der letzte Hit ist dann kannst du natürlich nichts wissen ne? Hm Autos in Tee Alter Ja sieben Stücke immer nur Ja was heißt aber nur Ich hab jetzt Ich hab jetzt ein Eisenschwert Du bist voll iron ne? Jo ja bis auf die Hose aber Sie macht jetzt glaube ich auch nicht so viel aus Ich hab ein Eisenschwertbogen, Feuerzeugen bis ein Essen und elf Pfeiler Ja gut also fangen wir an oder? Ja so So jo good luck Nein 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 Deswegen könnte es irgendwann mal ein Fehler gewesen sein Ja weil ich einmal mit der Angel zugeschlagen habe Nein Mist aber Didi Ach scheiß Ich hab mich einmal War ich einmal auf der Angel statt auf dem Schwert Dann habe ich mit der Angel so Rechtsklick gemacht und hab sie quasi ausgeworfen Das war der Hit gewesen Der wäre entscheidend gewesen Ah Mist Ja du hast gut gezogen ich hatte noch vier Herzen Ja 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 So eineinhalb stand da Chat aber egal Ja ja gut egal ist kein Problem Dann Ja wie ich sagen war es auch schon mit der Runde Ich meine gut ging jetzt um die neun Minuten oder so Reicht der eigentlich für eine SG Runde Und dann ja Danke dass du dabei warst auf jeden Fall Kein Thema immer wieder gerne Immer wieder gerne Und dann sehen wir uns würde ich sagen Wir haben in einem nächsten Video wieder wenn ich etwas anderes spiele Jo und bis dahin Tschüss Tschüss machts gut Tschüss 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 compra